Und ich beende die Woche mit den Top 10 meiner Lieblings-Videospielfiguren. Die meisten werden von Nintendo sein, sage ich nun mal schon im Voraus. Ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, was ich in Top 10 Videos machen könnte, Top 10 Videospiele kommt demnächst. Und dann werde ich weitersehen, was ich mache. Ich habe einige Vorschläge bekommen, da werde ich erstmal aussortieren, was ich verwenden werde. Ihr könnt mir weitere Vorschläge entweder auf den Fan-Discord, Link in der Beschreibung, schreiben oder in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit meinem Top 10. Hier muss ich ein bisschen schon schummeln. Und zwar sind das, um genau zu sein, zwei verschiedene Links, die ich mag. Einmal der Link aus Twilight Princess und einmal der Link aus Majora's Mask. Und ich weiß, rein technisch gesehen ist der Link aus Majora's Mask nur die Fortsetzung von dem Link aus Ocarina of Time. Ich habe aber das Gefühl, das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Der Link aus Majora's Mask ist ein bisschen abgebrühter, ein bisschen kälter teilweise sogar und und auch Hilfsbereiter der Bevölkerung gegenüber. Und der Link aus Twilight Princess. Nur wegen der Manga-Reihe mag ich ihn. Also ich mochte das Spiel auch. Ich habe es selbst nicht gespielt. Aber ich habe einige Let's Plays dazu gesehen und auch einige Leute, die das gespielt haben, bei denen ich das mal ein bisschen, wo ich noch ein bisschen kleiner war, zugeguckt habe. Fand ich es schon immer toll. Ich glaube, man kann erwarten bei jemandem, der sehr viel mit Nintendo-Konsolen spielt, dass da mindestens irgendwo auf der Liste einmal Yoshi aufgeführt wird. Und so ist es auch bei mir. Ja, Yoshi, ich mochte ihn eine ganze Weile nicht. Aus dem Grund, er erschien mir sehr nutzlos. Er war da, wurde geritten und, wenn nötig, in eine Schlucht geworfen. Ich habe ihn erst jetzt so wirklich lieben gelernt in den Mario Kart Spielen. Und gerade Mario Kart 8. Aber ein anderer Grund, warum ich ihn aufführe, ist, bei Mario Maker und Mario Maker 2 hat er mir halt in so einigen Situationen beim Bauen helfen können, wie ich gewisse Dinge überbrücken konnte. Zum Beispiel habe ich ja einige Super Mario Galaxy Level selbst erstellt, nur noch nicht hochgeladen, wo ich dann auch Yoshi Silver benötigt habe. Und da ist er mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich habe es dann nicht übers Herz gebracht, ihn irgendwo umzubringen, sondern ich habe ihn einfach für Yoshi dann an einem Platz gebaut, wo er abgestellt werden kann. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Wario auf dieser Liste aufgetaucht ist. Ich meine Mario Kart 7, er war so gut wie immer mein Main-Fahrer und auch in Mario Kart 8 war er es. Jedoch taucht er auch noch aus einem anderen Grund auf, und zwar wegen Super Mario 64 DS. Auch wenn er da ein bisschen sehr schwerfällig läuft, langsam ist und so weiter, habe ich bis auf Mario, Wario, Luigi und Yoshi so gut wie fast immer gespielt. Und ja, zu diesem Projekt müsst ihr noch ein paar neue Videos machen, aber ich habe zurzeit nicht wirklich Lust auf dieses Spiel, was jetzt nicht dem Spiel geschuldet ist, sondern den Temperaturen draußen. Nein, aber Wario auch, Wario Land 2 oder 1, ich bin mir nicht ganz sicher, was davon meine Stiefmutter auf ihrem Game Boy hatte. Habe ich auch gerne mal gespielt und dadurch ist er mir auch sehr ans Herz gewachsen und ich mochte ihn eigentlich mehr und ich mochte auch seine Super Mario Land Spiele mehr als die Super Mario Bros. Bis auf Super Mario World Spiele mehr. King Boohoo oder auch nur Boohoo erscheint auf Nummer 7, was mir ein bisschen sehr am Herzen wehtut, aber es gibt leider Videospielcharaktere, die haben bei mir mehr Sympathiepunkte und die würde ich auch Boohoo vorziehen. Ja, Boohoo, was soll ich großartig dazu sagen? Mario Kazima ist schuld darin, dass ich ihn so sehr mag. Ich bin bis auf mit Daisy und Luigi mit keinem anderen Fahrer klargekommen und, na gut, Wario jetzt auch mal dazugerechnet, aber nur bei den höheren Geschwindigkeiten. Und dann habe ich Boohoo freigeschalten und seitdem gab es keinen anderen Charakter mehr für mich in allen Mario Kart Teilen. Deswegen hat es mir so ein bisschen das Herz gebrochen, als er nicht mehr in Mario Kart 7 vorhanden war und ich auf Wario wieder umsteigen musste. Wario und Boohoo sind zwar beide schwere Charaktere, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Boohoo mehr ein Cruiser ist statt ein Heavy, aber so sehr habe ich mich noch nicht mit der Mario Kart Charaktereinteilung beschäftigt. Und dazu muss ich auch sagen, Luigi's Mansion und Luigi's Mansion 2 sind auch so ein bisschen mit dran beteiligt gewesen, dass ich für Boohoo viel Sympathie habe, denn ja, ich hasse Mario auch und deswegen konnte ich immer seinen Hass gegenüber Mario verstehen und dass er halt Mario in das Gemälde einsperrte und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich auch schon immer so ein bisschen in die Mario-Geister verliebt, weil die halt Geister einer anderen Art waren. Sie waren, sie sollten böse Geister sein, aber sie wirkten mehr niedlich, süß statt wirklich furchteinflößend. Da fand ich die Geister-Yoshis aus Mario World wesentlich gruseliger, weil ich mir da immer vorstehen muss, dass es von den Yoshis, die alle in die Schluchten geworfen werden, die Geister sind, die versuchen jetzt nach Mario umzubringen, der Schuld an deren Tod ist. Ja. Azazel, 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 wie es Zombie immer gesagt hat, aus der Binding of Isaac Franchise ist und bleibt mein Lieblings-Isaac-Charakter. Er ist nicht nur der stärkste von den verschiedenen spielbaren Charakteren, sondern auch der coolste und niedlichste und dämonischste und ist zufällig einer der höllischen Namen. Ja, was soll ich großartig zu ihm sagen? Er kann fliegen, er hat den Little Brimstone und ja, trägt schwarz. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie hat Azazel bei mir eine sehr hohe Stellung und auch irgendwie so eine gewisse Verbundenheit, Brüderschaftlichkeit, wenn das das Wort überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn so sehr mag. Ich weiß nur, ich mag ihn so sehr und irgendwie keine Ahnung. Ich kann es nicht erklären. Nein, es ist kein Schreibfehler, dass da nur ein einziger Buchstabe steht. N aus Pokémon Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß 2 ist mein Lieblings Pokémon-Charakter. Diese Art und Weise, wie er mit seinem Pokémon umgeht, so ungefähr bin ich auch, das muss ich zugeben. Auch wenn ich weiß, dass es nicht mehr wie beim 3DS ist, wenn man in diesem Streichelmodus ist und man mit dem Pokémon reden kann, mache ich es trotzdem noch in Schwert und Schild. auch in Pokémon kämpfen, gerade wenn mein Arcani kämpft mit dem Namen Blödmann, ist ein Running Gag in meinen Pokémon-Spielen, bin ich auch immer noch so, wenn es getroffen wird, dass ich den Schmerz richtig mitfühle und auch mich um meine Pokémon sehr, sehr kümmere. Und ich glaube, das ist das, woran mich N auch immer erinnert, dass N wie ich ist, nur halt nicht ich. Und seine Ideologie, dass die Pokémon befreit werden müssen, weil die Menschen sie irgendwie verknächten, kann ich auch nachvollziehen, weil es halt wirklich so wirkt, dass in den Pokémon-Teilen die Pokémons für jede Kleinigkeit eingesetzt werden, nur nicht für das, wofür sie eigentlich gedacht sind. Ja, und er ist der einzige Pokémon-Charakter, der wirklich was von einem Charakter hat, von einer Hintergrund-Story. Und er ist halt so wichtig, auch für die Pokémon-Schwarz-und-Weiß-Storyline einfach. Das macht ihn halt nochmal bei mir so ein bisschen sehr beliebt. als jahrelanger Animal Crossing-Spieler muss ich dazu sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von Animal Crossing New Horizon steinigt nicht, aber es ist halt wirklich nur das gröbste vom gröbsten der besten Dinge der letzten Animal Crossing-Teile zusammengefärscht. Aber eine Sache wird wohl bei Animal Crossing immer wieder gleich sein. Meine Liebe zu Eugen. Er war nämlich auch der einzige Grund, warum ich mir Animal Crossing New Horizon geholt habe, damit ich das Museum wieder vervollständigen kann und Zeit mit Eugen verbringen kann und interessante Fakten über Insekten, Kunstgegenstände, Dinosaurier und Fische zu erfahren. Gerade diese kleinen Charaktermomente, die er hat, er hat Angst vor Insekten, wo ich dazu gestehen muss, die Heuschrecken und Stabschrecken und Nasenschrecken und Grashöpfer und Maulwurfsgrillen und all das, was springen kann in Animal Crossing an den Insekten her, fühle ich mit ihm. Ich habe panische Angst vor den vier Jahren. Nicht mal Skorpione und die komischen Taranteln sind schlimm für mich, aber die grünen hüpfenden Viecher, die sind eine Tortue für mich und da bin ich immer froh, wenn ich die nicht sehen muss oder wenn die sich in den Gewässern umbringen. Aber was Eugen für mich richtig sympathisch macht, ist ja diese Liebe, die er wirklich in seinen Beruf hineinsteckt, auch wenn er die meiste Zeit schläft, aber er kümmert sich halt wirklich und er ist gewillt sein Museum zu verbessern mit den minimalen Mitteln, die er zur Verfügung hat. Ich weiß gar nicht, war das New Horizon, wo er sogar sagt, er hat nicht die wirkliche Mitte dazu, aber wenn man das und das erledigt, das muss glaube ich New Horizon gewesen sein, nach dem ersten großen Update, oder war es das zweite große Update, wo er hier reiner mit dazugekommen ist mit den Kunstgemälden und so weiter, wo er dann ja gesagt hat, wir können, wir haben jetzt endlich die Mittel, um das Museum zu vergrößern um eine Etage. Sowas finde ich halt super, ich meine, es war schon genial, dass ich das Museum dahin stellen konnte, wo ich es wollte, ich habe es natürlich an den Strand gestellt, damit ich gleich den Fisch, den ich am Strand gefangen habe, zu Eugen zu bringen, dem Museum abzugeben und den registriert habe und danach nie wieder nach diesem Fisch zu jagen. Es sind halt auch einfach diese Momente mit Eugen, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, ich habe was erreicht in diesem Spiel. Denn nur das Museum ist das, woran man in Animal Crossing wirklich sieht, dass man etwas erreicht hat. Nicht das Haus, das Haus, das kannst du ja durch, gerade jetzt durch den Online-Modus, den ja New Horizon hat, so schnell fällig machen, aber das Museum dauert halt seine Zeit. Das geht nicht so einfach. Und da ist es halt wirklich jedes Mal dieses Belohnungsgefühl, was Eugen in mir auslöst und warum ich ihn halt so sehr mag. Ich glaube, es wäre ein Wunder gewesen, wenn Agent 47 nicht auf dieser Liste erschienen wäre. die Hitman-Reihe ist wohl wahrscheinlich die einzige Spielreihe, wo ich wirklich sagen muss, lasst die Fans sagen und Kritiker sagen, was sie wollen, aber jeder Teil hat seinen eigenen Charme, jeder Teil ist in seinem Sinne das Beste vom Besten führender reihe. Zum Beispiel gibt es das Lager Blood Money und das Lager Absolution und ich muss sagen, die Spiele sind beide toll. Und was diese Spiele halt so wirklich grandios macht, ist Agent 47 und seinen Sarkasmus und seinen schwarzen Humor, der so ein kleinem bisschen meinem ähnelt, nur ist der halt sehr entschärft noch von 47. Er hat eher diesen ironischen Sarkasmus, während ich aber einen zynischen Sarkasmus habe und wir teilen aber beide in gewissen Momenten die One-Liner, gerade wenn ich alleine spiele außerhalb der Aufnahme mal Hitman 2 oder Hitman Absolution, bevor 47 einen One-Liner abgibt, bin ich schneller und teilweise habe ich die besseren. Aber gerade diese Charaktermomente, die 47 hat, Absolution zum Beispiel, ich rede jetzt nur symbolisch, also nicht falsch verstehen, er erschießt seine Mutterfigur und muss seine kleine Schwester beschützen. Und er setzt halt wirklich alles daran, setzt sein Leben aufspiel, setzt seine Karriere aufspiel, setzt sogar an manchen Stellen die ICA aufspiel als neutrale internationale Agentur. Ja, und Hitman Codename 47 haben wir erst vor kurzem durchgespielt. Hitman 2 Silent Assassin hat hat er hat er auch wieder einige Charaktermomente Hitman Codename 47 der Charaktermoment zum Schluss wo er seinen Erschaffer umbringt im wie heißt kaltblütig ja sowas ist halt was ich gerne bei Charakteren sehe dass sie halt ihre Charaktermomente haben und wissen wer tut ihnen gut wer nicht und die halt dann auch wirklich stark genug sind sich von diesen negativen Charakteren zu entledigen auf welche Weise auch immer wer Super Mario 64 der ist zumindest die letzten zwei folgen gesehen hat der weiß wie sehr ich Luigi mag und wie sehr Luigi mir sympathisch ist würde ich mich nicht dazu zwingen jemand anderen außer Luigi zu nehmen damit Abwicklung drin bleibt glaube ich würde dieses ganze Let's Play nur daraus bestehen dass ich mit Luigi so viele Sterne wie möglich hole und mit Mario und Wario und Yoshi die Sterne die halt wirklich nur von denen geholt werden können holen würde ja Luigi war auch immer der Anfangscharakter mit dem ich Mario Kart V gespielt habe Mario Kart 8 Mario Kart DS als ich das Spiel noch hatte ja ich weiß nicht Luigi gerade Luigis Menschen hat ihn nochmal näher an mich herangebracht diese Suche nach seinem Bruder er gibt nicht auf er ist ein Kampfgeist egal wie viel Angst er hat er wagt sich immer weiter vor er hat so viel Mut ich rede gerade viel zu schnell ich weiß aber auch dieses leicht weinerliche was Luigi hat es macht ihn halt so viel sympathischer nicht wie Mario der einfach für mich dumm ist auch dumm wirkt Luigi wirkt für mich halt er hat diese sympathische dümmliche naive aber er hat was auf dem Kasten wenn er es wollen würde und wenn er es auch wirklich mal beweisen könnte und nicht immer im Schatten seines Bruders stehen würde Luigi bleibt bleibt einfach meine Nummer zwei denn es gibt so musste ich vor kurzem lernen einfach nur noch einen Spiel Videospiel Charakter der halt so viel besser ist hätte ich dieses eine Spiel nicht entdeckt wäre Luigi meine Nummer eins gewesen Arthur Morgan Arthur Morgan stellt meine Nummer eins dar nicht John Marston sondern Arthur Morgan macht für mich die Red Dead Redemption Reihe aus Arthur hat halt so viel mehr Charakter er hat halt so viel mehr Tiefe auch John Marston gibt's in zwei Spielen und er schafft es nicht an Arthur Morgan vorbei Arthur Morgan hat seinen Leben geprägt hat seinen Charakter geprägt aber Arthur Morgan ist und bleibt der wirklich beste Charakter aus meiner Sicht aus allen Videospielen die ich kenne geguckt habe gespielt habe mal so kurz reingeschaut habe mal angespielt habe Arthur Morgan stellt für mich die Definition von einem besten Videospiel Charakter und dazu muss ich auch sagen Arthur Morgan und ich Arthur ist sarkastisch ich bin permanent sarkastisch auch wenn man es in meinen Videos nicht mitkriegt weil ich da einfach keine Vorlagen wirklich für Sarkasmus habe und wenn ich Momente habe wo ich sarkastisch werden könnte ist Arthur schneller als ich und das macht ihn für mich halt so sehr sympathisch und auch jetzt muss ich kurz die deutsche Übersetzung finden weil ich auf Englisch gerade gedacht habe ich kann mich so sehr mit ihm identifizieren er ist sarkastisch er ist schnippisch er hinterfragt Dinge das einzige was Arthur und mich ein bisschen auseinander bringt ist halt Arthur ist ungebildet ich habe ein Abitur ich kann fünf Sprachen Arthur kann nur schwer Englisch aber das macht es halt null es bringt halt Arthur und mich nicht auseinander eher im Gegenteil irgendwie habe ich das Gefühl es bringt mir sogar noch mehr an Arthur ran weil ich das Gefühl habe ich muss ihm irgendwas beibringen ich weiß nicht wieso und diese Spielweise von Red Dead Redemption 2 dass du halt selbst entscheiden kannst machst du jetzt das Gute oder machst du jetzt das Schlechte finde ich für Arthur als Videospielcharakter ist das sehr charakterbildend und auch gerade weil ich weiß dass es die Story zum Schluss hin sehr beeinflusst ob man jetzt mehr das Böse oder mehr das Gute gemacht hat wie Arthur halt dann stirbt es ist halt so viel verständlicher dann für Arthur als Charakter und und ich versuche ja nach wie vor herauszufinden ob es ein neutrales Ende irgendwie geben würde oder woran sich jetzt wenn ich die ganze Zeit in diesem Mittelbereich bleiben würde ist orientiert ob ich nun einen Millimeter zu weit rechts bin oder einen Millimeter zu weit links ob es sich dann entscheiden würde das versuche ich halt noch herauszufinden mit Arthur aber ansonsten wird Arthur wohl schwer zu toppen sein weil so ein Charakter mit dem man sich so sehr identifizieren kann der einen so sehr an einen selbst erinnert der so viele Charakterzüge von einem selbst erinnert ich glaube das wird schwierig sein so einen Charakter wirklich zu überbieten an L to be to 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 Vielen Dank.